Yay! Und Blocks! Und Welcome Back! Und weiter geht's! Sekund! Er raucht immer... Er macht sich immer einer an, wenn ich anfeier's. Sekelhaft! Ekelhaft, wenn der dann... Was finde ich nicht gut von dir? Wie kannst du mir sagen, du? Ähm... Ich kann's. Lecker. Lecker Typie. Und? Lecker Typie. Ja. Ja, was? So, ich jetzt verrückte... Warte, du, du, du! Das war zu früh. Ich hätte mich vertan. Ich dachte, da wäre schon die Decay-Münze. Für die sehe ich jetzt Wunder an. Ich habe Ihnen das Level gerade gezeigt. Weil wegen Lohrenlevel, Style und bla, hast du nicht gesehen. Da will ich ihn ja nicht total ins Messer laufen lassen. Da hab ich ja auch nichts von. Als ob das was bringen würde. Ja, hat man ja gesehen. Kann mich so interessant folgen. Bestimmt nur zur Hälfte. Ja, aber doch, voll. Vielleicht soll der Ball. Oder auch nicht. Das hab ich auch hingekriegt. Lach mich nicht aus. Würde ich nie tun. Yay. Das sind dumme, kleine, hisseliche Affe wieder. Als ob Dixi schöner wäre. Naja, es sind halt Affen, die sind generell nicht so toll anzusehen. Da wollte ich nutzen. Ja. Da wollte ich nutzen. Ja. Das hat sich alles mit dir zugehen und nicht auf. Pfff, ich denk da nicht wirklich drüber nach. Aber dieses Spiel. Spiel ist immer klar. Das Spiel ist immer klar. Muss ich einfach mal wieder durchbrushen. Da war die ganze Übung, die wir vorhin gemacht hatten, eigentlich quasi umsonst. Kann ja nicht wissen. Ja, kannst du das nächste ja machen. Äh, ja. Okay. Leben! Meine Ische ist toll, ich mag nix. Genau. Bitch. Hure. Ja, manchmal ist halt auch ne Hure und ne Bitch, wenn's nicht immer faszischsten sag. Guckt halt so? Nein. Nicht, wenn du dich tötest. Hey. Äh, wie? Achso, ich hätte dich da rüberschmeißen. Ne, du wärst da rübergekommen. Das ist schon machbar. Sonst weiß man nicht. Dafür hätte ich doch nichts gebraucht. Um den. Um den. Um den. Lange zu können. Wann kommst du mir zurück? Pff, das hab ich dann auch gemerkt. Das Spiel sagt dir, ne? Du hast dich ja immer von der Richtung entschieden. Puh. Ja, hab ich ja nicht mal. Jetzt bist du geflickt. Das ist ähm... Dreiecker. Nicht so schnell! Wer hängnisvoll nach oben schaut, so Luke sieht das keiner. Ne. Außer... äh... nicht. Außer nicht. Wenn du mich gleich einsam hast, lass mich... Warum hab ich jetzt nicht auf die Mitte geschlossen? Ich komm doch so ran. Ich komm doch mal. Nein. Blödes. Gamepad. Scheiß. Abmix. Stirb! Okay, das macht die Sache natürlich einfacher. Oder auch nicht. So geht doch. Bist du dein Ekelhaft, oder was? Collect the stars, das kann ich tun. Oh Gott, hallo, ich hab's gelassen. Du musst dich erst töten. In den linken Button. In dein Arsch! Wie er abgeht, ist ja ekelhaft. Wenn er oben drückt, dann geht er auf. Nein, dann bin ich da gar nicht schneller. Das ist viel zu langsam. Das waren eh nicht die letzten. Oh nein! Werden sterben. Du hast dich ja jetzt dran gewöhnt. Ja, dann kannst du ihn nach links. Hm. Stirb! Stirb! Was spuckt er da eigentlich? Kellogs? Sieht aus wie diese Honey... Weeds... Weeds. Ich weiß es nicht. Ich bin gut scheiße! Honeyballs! So hießen die genau. Ich bin gut scheiße! Ach da, warum machst du den da? Den bin ich ja morgen noch nicht durch. Dann geh mal unten. Ohohohohohohoh! Ohohohohohohohohohohoho! So bin ich jetzt wieder da! Ja. So schnell, du blöder Affe! Geil! Affe, geil! Nein. Ich kann sie auch immer nicht töten. Die kommen ja an, du Spasten-Diener, so. Bam. Die roten also trotzdem nicht töten. Weiß ich doch. Boah. Bei mir ist der Squawks hinterher schon ein Dachschaden, weil da so ein Dorn reingeflogen ist. Und passiert das den Affen, dann sind sie tot. Moment, Moment, ich warte noch. Ja, schön, dass du da gewartet. Ich hab ihn getroffen. Achso. Einzug. Ich glaub nicht. Und ich weiß nicht mehr, was kommt. Ich hasse das Level-Amkotiv. Ich hasse das ganze Fell gespillen. Ich spieg das ja gar nicht mehr... Das schlack mal. Fake, fake, fake. Bleue den Gegner. Da 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 Weil der Gegner kommen! Hallo Pina, wie vor, hör'n! Ich sterbe! Tja, offen. Man kann sie nur hassen. Haben wir ja schon einen Midpoint? Oh, ficken Bums, ey! Oh! Das ist doch zum Scheißen! Ja, so geht's auch! Ja, kann man das Lämme, ich töte mich, ah! Schön! Jetzt mal Schlup, trink mal. Hier! Ach so, ich hab ja... Du hast wieder eine Verwundbarkeitszeit. Du musst halt alle auch rüber. Dann wird das nix. Bananen! Bananen ist wichtiger als das Leben, wirste? Ja. Die werden einfach wieder anwendet. Ja, ich weiß's doch. Du bist ein Schlumpf. Boah! Dankeschön! Nicht du! Squats! Ich spucke Cornflakes! Ich bin ein Vogel! Und kann Paffen tragen! Oh, yeah! Ich hab ne dummen Arm! Und da mangst du wohl die Beine! Das liegt ja am Spieler, nicht am Vogel, glaub ich. Ich bin stark genug umarfen zu tragen, aber ich halte kein Dorn aus! Was? Meine Beine hat mich berührt, dann bin ich tot! Das war gleich so wild und hier, aber sonst ist mir egal! Moment! Meine Flügel werden schon links abgesehen, und jetzt oben links ist es auch eine, wenn du weiter gehst. Ja, 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 richtig richtig richtig! Ich dachte nur unten bei den Decay, aber die kommt ja schon gut drauf! Meine Haare wehen voll im Wind, ey, das ist voll schön! Worauf du alles achtest? Ich spuck hier nur wild um mich! Wortwörtlich Gift und Galle, langsam! Jetzt macht da auch noch Werben für böse Onkelz! Näh! Wo musst dich jetzt genau runter? Aber nicht mehr ... Die Falsche! Hööhe ... Ah! Äh ... Was ist jetzt? Ich treff da noch irgendwas drunter. Sooo... So, geht doch. War da, war da, war da. Wir waren tot. War tot. Dauerfeuer, Dauerfeuer! Haben wir das K? Ne. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kriegt doch ganz wahr, ich hab Cornflakes verschlafen. Hey Gott, die Munzen. Der braucht das. Die Bananen sind. Oh, big way. Fuck, fuck, fuck! Two, three, three! Du hast einen Böden in der Hand. Du hast einen Böden in der Nacht. Und dann einfach den Böden in der Hand. Und dann einfach den Böden in der Hand. Dauerfeuer. Ich bin nicht möglich, die ärgerbar ist. ... abspringen, aber nicht töten lassen, mit dem rechten Button, nach unten drücken, dann... Geh mal rein! Ach, nehmt mich doch! Ja, pass auf, die kommt gleich! Ich sag's doch, weißt du? Worüber rede ich überhaupt? Ich stelle das Reden ein, das verfehlt kein Mensch zu! Ich wurde von einer Ameisen auf dem Fuß gerüht, am Fuß. Ganz eins wieder, weil du schlossen wolle! Eins, zwei, drei, vier, ficken! Viermal ficken? Das ist mein Lieblingswort. Ich glaube, in jedem Part kam es jetzt ficken. Ja! Alter, was mach ich denn? Du bist so gechillt für das Spiel! Hältest nicht duschen dürfen? Ja! Dass wir dann duschen gelegen haben! Aber was denn sonst? Am Spiel? Am Spieler? Eins, zwei, drei... Eins, zwei, drei... Wir haben ja jetzt wieder drei! Ja! Spast! Der schießt so wie er will! Wies! Mein Geppelt! Der ist zum Kotzen! Fick dich! Nein! Fick mich! Alter! Das Spiel macht mich so langsam ein kleines bisschen sauer. Der ist doch dort, dass ich hinwechseln kann! Das ist Zeit! Wir können nur bis 13! Wir sind auch für einen Kacken in den Busch! What the hell? Ja! Was war das jetzt für ein Bullshit? Was war das denn für eine Hitbox? Da war keine! Ich schmeiß ihn hier gegen ihn! Gut, dann war gut! Wow! Das ist okay! Streng dich an! Sonst gibt's Klatsche! Fick! Fick! Der ist doch unten! Fick! Fick! Da bitte 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 bitte! Eins, zwei, drei... So typi! Du tot! Oh ja, werfen weg! Kommt ja auch gar nicht wieder! Ja! Kann man da nicht auch einfach reinrollen und den da... Könnte ja! Wäre zu einfach! Yo! Yo! Schöner Wurf! Weil ich mich nicht traue, da rüber zu springen! Und tröt' ich mich halt so! Das ist ja auch so viel besser! Das bringt's auch mal! Du bist ja gar nicht schon gestorben! Und... Das Wettrennen mit Sporks gegen diesen... Hülsenfogel! Das werden wir beide machen können! Da werden wir beide... Endlangen-Parts dran rumhängen! Ich beherrsche dieses ganze verfickte Spiellicht! Das ist doch total beschissen! 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Ich höre nichts! Was ist ne Ameise, Bruder? Du stirbst! Was ist das Game, ey? Ach, Gott. Was ist das Leveln dann halt? Nein! Fick dich! Fick dich! Warum blinkt eigentlich Squawks? Normalerweise müsste ich das. Ja, Squawks. Das würde ich heute mal machen. Ich habe Angst. Und wieder 3 Millionen von diesen roten Drecksviechern. Hier sind 4, 5. Das ist eine Lücke in diesem Scheißkreis von den Drecks... Ich ficke dieses Game, und wenn ich eigentlich durch bin, schmeiß ich das Spiel gegen die Wand. Oh, fuck! Wie, was ist das? Ein Leben noch, dann sind wir tot. Was? Dann dürfen wir doch diesen Spaß mit Nuren Scheiß nochmal machen, obwohl das... Dann hast du nicht gesafestated. Ja. Soll ich jetzt nach jedem Level safe staten? Mit unseren Skills. Wobei das Low-1-Level ja nicht das Problem ist. Was? Bums. Das Level ist gar nicht mehr so lang. Nicht so schnell, du ver-fickter! PAPANG! Brrrr! Geil! Ich bring mich um, damit ich dich wiederholen kann. Das ist nie ein schöner, liebes Beweis. Ja, das war nett. Aber jetzt sind wir trotzdem am Arsch, weil ich wieder bespüle. Was wird denn mit? Schneller! Wieder auf die Knauben zu drücken, ey! Okay. Aufpassen. Man, leck mich doch! Ja, dieser Game Overscreen zeigt euch wieder, dass dieser Part beendet wird. Mit... Keinen Vorstre... 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 Ich kann nicht mehr reden! Das Spiel ist scheiße! Bis zum nächsten Mal! Du Mensch, du guckst mir! Baa! Tröd! Boß! gigantisch! Vielen Dank! Ich welche hoch mit zwei Jäupte!